Ich glaub ich hab die erwischt. Ich glaub wir beide erwischt. Ich bin mir nicht sicher. Wann erschöer dich? Ich sie verschwommen. Ich hab mit der Bär geklingelt. Siebenmal. Ich hab siebenmal geklingelt. Aber die hab ich, die Nötte hab ich weggehauen. Leute, die lebt noch. Oder? Ja. So war der Florian? Am Arsch. So war der Florian weg. Sherry King, der Mungo. Verwirbel nehme ich gerne mit. Ja, Zombies fress den. Genau so. Crossbow hatte der Wichse. Oh lol, mein Blut blinkt. Also ich blüte jetzt nicht mehr, aber mein Blut blinkt. Was ist das denn, ey? Und ich komm nicht an das LS-Pack von dir. Ich komm nicht an das LS-Pack. Hier waren auf jeden Fall zwei Typen drin. Einen hab ich jetzt getötet, aber ich weiß nicht, ob irgendwo noch ein anderer ist. Oh, aber der hat Essen noch dabei. Jetzt kann ich mir gleich alles schnabulieren. Ja, hab ihn gekillt. Ja, sehr geil. Lol. Reset in one minute. Willst du mich verarschen? Ist nicht dein Ernst. Och, komm. Ist doch nicht euer Ernst. Egal, was hier. Dann sehen wir uns halt nach dem Restart dann wieder. Lol. Der ist da immer noch. Der ist da immer noch. Der ist da immer noch. Alter. Der ist da immer noch hier drin. Der hat gerade mich wieder irgendwie geschossen. Und dann ist das Tode der Wichser. Und wo kommt der Wichser? Von da kommt der Wichser. Aber ich hab jetzt geahnt, Alter. Aber der wird die ganze Zeit von Zombies gehedet. Hihihihi. Oh mein, sei mal ruhig. Ich höre einen Helikopter. Ich höre einen Helikopter. Echt jetzt? Alter. Fick dich. Der fliegt aber mich rüber. Loy. Ja, ich bin hier gerade im elektronen Supermagen. Bin kurz am sterben eigentlich. Aber nice. Boah, ist das heftig gerade. Ich kann überlegen. Aber dafür reicht es nicht. Oh, oh. Ich glaub der läuft außenrum und will über die Scheibe. Er will durch die Scheibe auf mich aufballern. Ok, guck, guck. LOL. Nein. Ich bin unmächtig. Wach auf. Wach auf. Wach auf. Wach auf. Wach auf. Okay, ich bin aufgemacht. Dreimal die Waffe ziehen, wie immer. Ich bei dich bei dich bei dich bei dich. Loy. Reine weg, Nickels. Nein, ich reine nicht weg. Der steht da im... Der steht da, glaube ich, AFK im Ding ist drin. Nein, doch nicht. Ich dachte, er würde AFK. Ey, der Typ läuft hier wahrscheinlich drin. Wahrscheinlich wesentlich mehr Leben als ich. Aber ich glaube jetzt außenrum. Nitte. Nein, 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 nein. Er sieht mich. Loll. Hab ich ihn erwischt? Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Also ich habe ihn auf jeden Fall getroffen. Ja, oder? Er hat das nicht. Loll. Nein, ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Nein, 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 nein. Ich crouch gerade mit dem Zombie um die Wette. Und ich blute wieder. Und ich bin tot. Und ich bin tot. Boah. Ne, oder? Warte, rote. Der Server ist weg. Genau in der Sekunde, wo der Server restartt, oder was? Ja. Ja. Alle klar geschnitten. Bis gleich. Jo. Hallo und willkommen zurück. Ja. Zurück. Ja, genau. Obwohl ich pünktlich gestorben bin zum Restart. Hat sich tatsächlich jetzt, als ich nur connect habe auf dem gleichen Server, das alles wieder zurückgesetzt. Ich habe wieder meine Endfield. Mit einem Schuss, wohlgemerkt. Und hab schön flackernden Bildschirm. Und einen leeren Supermarkt, weil anscheinend noch nichts gespawnt ist. Na geil. Leut, 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 du bist immer noch, der ist doch schon wieder der Typ. Ist das dein Ernst jetzt, oder was? Warte, ich rede mit dem jetzt. Sag mal, du Pief, gehst du nicht dein Ernst, oder was? Immer noch da, oder wie? Redet ihr denn Deutsch? Keine Ahnung, weißt du nicht. So langsam gehst du mir auf den Kicker, mein Freund. So langsam geht's los hier. Also ist mal auf Englisch. Nö. Wir sind in einem deutschen Let's Play. Ich rede jetzt hier kein Englisch. Hey, die Connection ist weg. Wuhu! Nein! Ja! Da ist er down! Nein! Doch! Du hast ihn gekillt? Der ist tot. Hä? Aber ich hab' auch geläutet. Na, ich hab' auch geläutet halt. Aber ich werd' jetzt auch sterben. Ich werd' jetzt auch sterben. Ich werd' jetzt auch sterben. Ich werd' jetzt auch nicht sterben. Nee, doch nicht. Ich hab' mich jetzt krack getötet, ja. Ist der Slow, oder Ronny? Äh, ich glaub' das war Slow. Bin mir aber nicht sonderlich sicher. Ich weiß jetzt nur, dass ich mich ganz schnell bewegen muss, weil ich blute und blinkendes Blut hab. Und das ist schlecht. Wie du dir sicher denken kannst. Ja. Ich hab' zwar... Und ich bin... Unmächtig. Und blut' immer noch. Und Zombies kommt von überall an, weil ich einmal mit der Bälle geschossen hab. Oh, ich hab' dem richtig schön im Vorbeilaufen gesnipert. Also er hat gesnipert, aber er stand ja gleich vor mir. Aber... Ich hab' eigentlich nicht abgedrückt. Lauf! 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 Oh Gott, die Zombies kratzen mir am Arsch. Guck-Guck. ți.psineels Man активig. ManchmalBirdame die Rä früher. Ha, geil. Problem ist halt jetzt echt nur... Falls' dich bereucht, mich kratzt auch'n Zombie. fürs Kratzt nicht nicht. Ahahahahahahahahahah. Ohohoh ohoh. Ich war' ich wieder witzig, ha?! Sicher nicht. So, bitte hab' 여기서, ganz viel davon. bitte 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 da ist was das heißt das ist nämlich auch der hat eine m90 11 mit ganz vielen ganz viel munition das ist gut nämlich alles ich komme jetzt übrigens gerade nach elektro ich laufe ein bisschen und wenn ich ankomme bist du tot ich weiß es jetzt schon das ist gut möglich weil ich hab halt blinkendes blut wenigstens habe ich den zombie abgehängt ich habe blinkendes blut laufen mit der bell durch elektro und habe tausende von zombies am arsch und günstig genauso ist es auch gesagt aber ich hätte es mal eben schnell die beiden dosen nicht gerade gefunden habe essen sollte ich mir 200 300 blut wieder kommt das ist irgendwie entgegengesetz der logik ich habe meine grafikeinstellungen erhöht und es läuft flüssiger okay alle klar ähm warte auf wir machen das jetzt so ich geh jetzt ins krankenhaus rein oder ich geh jetzt zum krankenhaus gleich hoffe dass ich da logischerweise blattpicks und so weiter finde und dann komme ich dir entgegen und bete derweil und dann geht los ja ich hab trinken dieser mehr wenn ich zu essen obwohl ich ja gar nicht hier bin ich glück hab ich meine ich sehe auch kaum was es ist ja auch dumm dumm die dumm das einblattpick mit einem eck das ist ganz gut aber ich will jetzt mal auch eigentlich entgegen jener logik diese schätze krankenhaus hochklettern ich kletter jetzt zum krankenhaus hoch alter weil oben ist ja auch immer eine kiste lol da ist ein spieler er sieht mich aber ich glaube er hat keine waffe aber bitte keine snapper bitte keine snapper so ich bin ich hier fest was liegt hier Pankillers man ich wollte nur eine kiste haben ey scheiße ok folgendes nicht so ich hab zwei blattpicks ja aber ich wollte eigentlich drei oder vier oder fünf mhm ganz normal halt war jetzt aber das wollte das spiel jetzt gerade nicht warum hab ich überhaupt 30 frames the fuck wahrscheinlich weil alles schwarz weiß ist damit kann es halt weniger so tun iche ich of mich ansi angeht Ich habe Sie